SSO, 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 SSO! Servus Jahn-Fans, hier ist Erik Tallig. Ich freue mich riesig hier zu sein. Die Mannschaft konnte schon etwas kennenlernen und ich bin super stolz. Ich werde alles dafür geben, dass wir unsere Ziele erreichen. Erik, du hast dich jetzt entschieden zum SSO Jahn-Ringsburg zu wechseln und dich dem SSO Jahn-Ringsburg anzuschließen. Warum? Weil es einfach ein geiler Verein ist. Ich denke, ich hatte eine sehr lange, schwere Zeit. Ich bin überglücklich, dass ich jetzt bei so einem coolen Verein spielen darf. Es werde natürlich alles geben, dass ich wieder topfit werde. Du hast es angesprochen, du hattest eine Knieverletzung. Du hast jetzt aber in den letzten Wochen, vor allem im Dezember, warst du im Probetraining auch schon mit dabei. Wie hast du diese Zeit erlebt? Dabei hast du ja auch Trainerteam und Mannschaft kennenlernen können. Von vornherein war das eine super sympathische Mannschaft. Ich habe mich mit allen sehr gut verstanden. Ich bin einfach glücklich, hier zu sein und mich momentan dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen. Was ist Erik Tallig für ein Spielertyp? Was können Sie da anfangen? Ja, ich denke, dass ich immer vollen Einsatz gebe. Dass ich viel laufe und auch mit meinem linken Fuß eine Waffe habe. Und sie mir auch beinsetzen, damit sie schon noch weiter wegschießen kann. Und ich hoffe, dass ich das eine oder andere Tor schießen werde. Was hast du dir jetzt noch vorgenommen für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen? Am 20. Januar geht es los mit dem ersten Pflichtspiel gegen Verl. Aber du wartet jetzt auch erstmal eine Vorbereitung auf. Die ist auch für mich auf jeden Fall wichtig. Dass ich wieder richtig in Kraft bekomme, in Konditionen. Und dass ich dann wieder topfit bin und bei 100% dann ab 20. Januar starten kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.